Ah! Wunderbar! Gegner! Dann gucken wir uns mal an, wie es aussieht. Das ist doch auch was wie so ein ganz großer Kristall. Wie langsam schlägst du denn zu? Du weißt, du bist keine Kämpferin. Dann wird es mal wieder jemand oder ein Kämpfer ist. TÜKÜS! 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 Ja! TÜKÜS! 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 Huh. Ups, ich hab glaube ich gerade schon ein... Akna hat's gemacht. Das ist diese ekelhafte Attacke, die Albert gegen mich mal benutzt hat. Der hat so richtig mit gespammt, wie ich ja mit meinem Tempest Strike gespammt habe. Du wirst mir jetzt aber hier nicht zu eralbert, oder Silkes? Kann ich das eigentlich richtig spammen? So ein Helicopter! Ah! Eine Erdbeere! Ja, sehr schön. Ich muss sagen, Tempest Strike von Kaios gefällt mir besser! Ahaha! Jesus! Hello Cross Blow! Oh! Markenart! Cosmic Way! Atemistance! Cosmic Ray! Atemistance! Cosmic Ray! 3x Atemistance! Das war das, was ich vorhin schon aus Versehen gemacht habe. Ja! Astral Chaser! Syrus Fang! Okay! Ach! Oh! Trotzdem ist denn, sind zweimal... ...zweig Das war ja schon Trotzdem ist ich Arzt gewünscht Fününününü ...zweig 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 Ja, gegen diese Krebs ist es wahrscheinlich ein bisschen un... ...puh, praktisch, aber hey Sie haben's einmal gesehen, das reicht mir ...zweig 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 Das sieht doch sowieso alles immer gleich aus Das ist wieder so ne... Timing-Gruppe. Du kannst dir aber auch gar nichts merken, ne? Nein. Auch noch erfolgreich. Titan Wave. Er soll durch zwei Mal Titan Wave drohen. Egal. Wieso seid ihr alle plötzlich hinter mir? Kommt mal vor mir. Sie sterben zu früh weg. Kommt mal in Angriff von vorne, please? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hauptsache, sie sterben alle auf einmal. Warum tue ich das hier nochmal? Weil ich auch noch die andere Art sehen will. Der macht Typhoon Wave viel zu langsam! Ja jetzt, wo kein Gegner! Da habe ich es hinbekommen! Das ist doch... Da! Und wer ist das denn? Na komm, das muss doch auch mit dem Wilder in der Nähe funktionieren! Ja, sehr schön! Sehr schön! Warum nicht gleich so? Warte, wie kann ich dann wieder? Das ist doch schön! Das ist doch schön! Das ist doch schön! Formation! So, Forest, du bist dran! Das ist doch schön! 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 Hallo Mr. Fishy! Durch die Jetboost ist er zwar schnell unterwegs, aber sein Angriff ist auch recht langsam. Ich glaube, dass er gerade einen Arken hat! Nein, wie kommt es denn da rauf? Ja, Endless Crescent Strike! Kann passieren! Wie er läuft! Ich bin ein Frank! Niemand kommt bei mir vorbei! Bye! Schick, Schick! Und da haben wir das nächste ungewollte Arken Arts von ihm gesehen! Dann bleibt eigentlich nur ein Arkenart! Dann haben wir wirklich Forrests und Silkes Arts in einer Folge gesehen! Dann ist er ein bisschen... Ja... ...Deadly Destruction... ...Nutflow... ...Dest... ...Nutflow... 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 Achso! Er hat zu wenig! Ich wollte schon fragen, warum macht er das nicht? Ich bin dumm! Ich bin dumm! Ich bin dumm! Ich bin dumm! So Pineapple war's! Ah... Und jetzt ist der Gegner schon tot! Nö, 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 nö! Chicken, kannst du mal was richtig machen?! Nein, kann ich nicht! Das ist irgendwie verwirrt genug! Ah, nicht ganz! Schön, dass wir das... was wir das sehen! Wenn es nicht so ganz geklappt hat, wie es eigentlich so hätte.